Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal wieder GTA 5 Online und wir spielen wieder mal eine Map von dem Titel, was sie schon kennt, aber die bekommt immer wieder Updates. Ja, das nächste ist am 27. Also müsste Sonntag oder Montag das Video kommen und ich kann meinen getunten sogar nehmen. Ich wusste gar nicht mal, dass ich den getunten habe. Aber okay. Alter. Die Map hat auch sogar nur noch 49%. Das mit dem Panto da hat 51. Da wo man bei dieser Einstelle richtig getrollt worden. Also Radio können wir mal ausschalten und es geht direkt los. Mega Rampe. Wiiiiiiiiiii. What? Alter wir sind sanft gelandet. Das kann man sogar hier erkennen, weil hier sind keine, also nur Reifenspuren und keine dieser kaputten Dinge. Zum Beispiel hier da. Da ist so ein kleines Ding da. Oha. Wie viele Punkte? Oh, diesmal haben wir sehr viele Punkte und das sieht mir auch sehr viel gebaut aus. Nein, nicht runterrutschen. als ob der gepanzerte Getunte nicht mehr hochkommt. Okay, doch, doch. Oh. Ich glaube da unten ist das Ziel. Oh mein Gott. Ui. Alter, das wäre noch geil, wenn ich da runtergeflogen wäre. Oh mein Gott. Ui. Äh. Oh, da musste man sogar auch springen. Oh, da musste man Speed mitnehmen und ich fall auf die Seite. Perfekt. Ey. Okay, jetzt mache ich es aber langsam. Weil das verstehe ich jetzt nicht. Aber jetzt, das Problem ist halt, wir müssen hier Full Speed. Oh, lol. Das reicht ja richtig easy. Ja gut, wenn man getunten hat, ist es logisch, dass das so gut geht. Und nein, nicht dein Ernst. Du kommst da jetzt hoch. Du fährst da jetzt hoch, habe ich gesagt. Nein. Mann. Ich will mich hier hochkämpfen. Ich komm da noch hoch. Ich sag's euch. Oh. Komm. Ich glaube, ich respawne gleich. Nein, das ist ja nichts mehr. in den Theatern. Nein! Schlecht bin ich aber auch. Ich habe aber auch schon, seitdem ich das letzte Video von GTA aufgenommen habe, habe ich gar nichts mehr gespielt von GTA. Und TQ2, das kann nicht dein Ernst sein. Das Geld da zum Verdienen ist aber auch sehr schwer, weil ich muss da viermal das Rennen fahren, also das Längste, das sind über zwei Stunden. Und da habe ich lieber jetzt richtig viele andere Video-Ideen. Da müssen wir auf Roblox andere Simulatoren spielen, ich habe schon wieder verkackt. Hey, also schlecht bin ich ja aber auch gerade. Okay, jetzt aktiviere ich in Pro-Mode. Digga, willst du mich jetzt verarschen? Du Mistkarre, kommst jetzt hoch! Die kommt nicht hoch. Was ist das für eine Dreckskarre für Parcours? Guck mal, hier ist es weiter auseinander. Die kommt ja locker rauf. Aber da vorne nicht, oder wie? So eine Möhre, wirklich. Oh, jetzt habe ich es endlich. Oh! Muss ich da auch springen? Nee. Oh oh. Oh. Okay, da müssen wir rüberspringen. Das war gerade sehr knapp. Ui. Also ich glaube, der hat ein bisschen was falsch gebaut. Bei dem vorigen Punkt. Weil hier komme ich jetzt nämlich ganze Zeit drüber. Und wenn ein Reifen unten ist, kippt man direkt weg. Oh mein Gott. Also ich glaube, 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 ich ich rutsche runter komplett aber perfekt lande ich jetzt nicht so warum ist alles dreimal dreifach gebaut also dreimal nebeneinander ich hab das übersprung ja was hat der da gebaut aber das ist nicht das da oben was und wir sind nicht mal bei der hälfte oh mein gott diesmal hat er glaube viel gebaut und ich glaube sogar dass es unterweil weitergeht vielleicht nee das sind die bauelemente boah außen rutscht man jetzt schon wow alter bin ich gerutscht okay ich bin okay ok oh vora vora oh man full speed ah alter oh pfff ich dachte man muss da rüberspringen dabei musste man da gar nicht machen wiii pfff alter ich bin fast dagegen geknallt so wie der puh ok wir haben den nächsten punkt und wir sind schon über der hälfte das was ich sehr gut finde aber ich glaube wir brauchen jetzt nicht so lange wie bei der vorigen mit außer es kommt noch was schweres dann schon oh jetzt fahren wir da nach oben wow wow was ich rutsche komplett oh mein gott wow oh mein gott wow 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 nicht dein ernst oder wuui wuuii oh 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 perfekt wir können weiter fahren ich habe ich habe zwei mal 50 ab hier bekommen oh oh wenn ich so seitlich wäre wäre ich bestimmt schon runter gefallen wie man das auto kennt drücken drücken ok das hat jetzt nicht so geklappt ok das oh das war ein guter drift nein nein full speed oh 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 man hört richtig die reifen da quietschen oh ich bin ernsthaft nicht da gerade durchgefallen oder alter das ist ja richtig cool wir dürfen nicht auf die blaue plattform oh mein gott und da kommt er hoch vorher ist er nicht hoch gekommen oder wie ja mit den elementen face to face machen wir fliegen eiskalt zu weit und direkt ins wasser und den beschissenen sporen haben wir auch okay ja okay brauche ich nicht besser gesagt zielandung also die map war jetzt nicht so schwer muss ich ehrlich sagen ja also stellenmäßig fand ich jetzt auch nicht schwer aber ja ja gut ich hoffe es hat euch gefallen dass münken like da und abo da bis dahin tschüss tschüss